Willkommen zurück zu Far Cry Primal mit dem dicken Bärchen. Komm, hier. Erstmal was. So. Damit geritten. Ich würde jetzt gerne endlich mal was entdecken hier, ohne zu sterben. Kommst du denn da runter irgendwo? Na komm, Digger. Das schaffst du doch. Hopps. Na also. So. Kann ich dir das eigentlich auch so einsammeln? Ach cool, das kann ich auch so sammeln. Brauche ich ja nicht mal absteigen. Teilen sollte ich mich auch mal. So. Weiter geht's. Was sind das hier? Ach, hier ist nochmal Stein. Und Schilf. Schilfi, Schilf. So, zu dem Fragezeichen da oben wollte ich. Da ist ein unbekannter Ort. Aua. Das müsste hier sein. Ein Kavdi unter Schlupf. Oh. Nicht viel. Halt. Da steht irgendwie ein Sack. Vielleicht ist da was Lustiges drin. Äh, irgendetwas Blatt. Südarhorn. Ich glaube, sowas brauche ich auch. Oh, seltenes Südarhorn. Ich glaube, hier sollte ich mal ein bisschen Südarhorn sammeln. Ich glaube, den Shit brauche ich. Zum Krempel upgraden. Was geht denn hier schon wieder ab von der Jagd? Oberhalb brüllt's. Und kämpft's. Das hört sich aber nicht so gesund an, Leute. Wo ist denn ein Löwe? Okay. Brauche ich nicht bändigen. Habe ich schon. Mal auf die Map schauen. Hier ist auch nochmal so ein... Ort. Da können wir auch nochmal hingehen. Was haben wir hier? Ach, hier ist irgendeine Ziegenhürte ansässig oder sowas anscheinend. Was ist denn da drin? Feuerstein. Hm, naja. Oh, jetzt nicht die tolle Ausbeute. Was bist du denn? Ein Ziegilein. Oh. Und was bist du? Kann man dich essen? Ah. Alter. Geh weg. Was bist du? Alter. Geh fort. Oh Gott. Oh. Hier geht's runter. Oh. Ah. Der ist immer noch hinter mir her. Kann ich denn eigentlich zähnen? Nein. Aua. Oh, kann ich. Ah. Ganz ruhig. Ein Säbelzahntiger. Oh. Der hätte mich beinahe platt gemacht. Oh. Ich habe ein Säbelzahntiger. Juhu. Die kann man auch reiten. Der ist bestimmt viel schneller als der Bär. Hallo. Guck, guck. Ganz brav. Diggerchen. Sehr cool. Kann man auszutesten? Habla. Oh ja, der. Oh, der. Der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Das testen wir gleich mal. Oh ja. Der ist richtig schnell. Da ist der Bär ja richtig lahme Ente dagegen. Bäm. Was ist denn los, hä? Ist denn irgendwas? Kacke. Au. Okay, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet, das dann noch. Au. Wieso war der jetzt stärker als ich? Ich habe doch da oben, ich habe doch da übelst viel draufgekloppt. Jedenfalls haben wir unser Tigerchen. Boah, langsam wird das Spiel ein bisschen schwer. Oder ich bin zu blöd dazu. Ich glaube, ich bewege mich hier auch in Kreisen. Ja, jetzt muss ich erstmal das Dings entdecken hier oben. Und mein Tigerchen wieder rufen. Wieder ganz machen. Mal wieder ran. Ich glaube, der rennt da unten immer noch rum. Oh ja. Ne, Silipath oder sowas. Und Berglöwe. Alter, was hier alle rumrennt. Zwei. Das habe ich entdeckt schon mal. Pardal Kanzel. Oder wie das Ding hieß. Du willst mich doch wohl nicht anfallen, oder? Schicke ich dir mein Tigerchen auf den Arsch. Los, schnappen dir. Mann, ist der schnell. Packen dir. Los. Machen platt. Boah. Komm ich gar nicht hinterher. Komm, den wirst du ja wohl erwischen. Der bleibt wohl nicht stehen, oder was? Nö, den erwischt der anscheinend nicht so wirklich. Oh oh. Dann nehmen wir die. Komm mal zurück. Jetzt machen wir die erst mal platt. Die sind böse. Oh 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 oh. Die auch noch. Au. Au. So, geht das ab. Auch wenn der Tiger zu schnell war eben. Für die Typen reicht es locker. Oh nein. Map wollte ich. Hop, 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 hop. Das habe ich auch noch nicht entdeckt. Dann gehe ich mal da hin. Erst mal, was ich hier so im Bereich freigeschaltet habe schon. Hop. Da reiten wir auch. Der geht schneller. Der geht gut ab, der Junge. Kann man nicht meckern. Oh yeah. Kommt man sich vor wie He-Man hier. Battle Cat. Haha. Das macht schon Laune echt. Das ist schon geil. Aber ich glaube, Wasser mag er nicht, oder? Ich werde mal testen. Wow. Autsch. Kacke. Habe ich die jetzt geheilt? Oder so abgesoffen? Hallo. Wo sind wir jetzt hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, ich muss den neu rufen. Den Sprung hat er nicht geschafft. Hallo. Kann ich den jetzt nicht rufen? Ach da. Ich kann den häuten. Das war doch mein eigener. Oh, jetzt wird es dunkel. Klasse. Was ist denn jetzt mein? Ich will den aber holen. Na, irgendwas muss ich holen. Nehmen wir erstmal den. Hier ist ein Wolfsrudel unterwegs. Das ist ganz uncool. Die mich jetzt alle anfallen. Fällt mir hier gar nicht. Kann ich hier jetzt meinen Tiger wiederholen? Immer noch nicht. Ach, Moment. Muss ich dafür... Brauche ich dafür irgendwelche Mats? Beste Wiederbliebe Rotblatt. Aha. Ach, da brauche ich Mats für. Wie beschissen. Na gut. Dann muss ich so lange... Den kriegst du da eh nicht, Bärchen. Ich wollte ja eigentlich nur das Dings hier entdecken. Bisschen Steine mitnehmen. Und Schilf. Darüber wollte ich. Okay, dann muss ich aufpassen, dass der Tiger nicht au- und abkratzt dann. Wenn ich die Mats mal wieder zusammen habe zum Wiederbeleben. Das ist nur Blaublatt. Ich brauche Rotes. Hol. Obwohl ich nicht weiß, warum Pilze Blaublatt heißen. Aber ist egal. Ich sage, das Wolfsrügel lässt mich mal in Ruhe. Na, komm mal her. Au. Was ist mit der? Hat er. Wolfsfälle brauche ich bestimmt auch noch. Es liegt darum. Wildschwein. Oh, oh. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Ich habe es gesehen. Nein, habe ich erwischt noch. Nein, habe ich erwischt noch. Hier sind ganz schön viele rum. Ich muss da aufpassen. Oh, da kommen sie wieder. Hier ist eh der Ort, den ich entdecken wollte. Oh, Schwarzstein. Klappt er sich jetzt mit denen? Ist er umgenietet? Ist er umgenietet? Oh Mann. Im Dunkeln ist das hier gar nicht lustig. Boah. Übelst. Übelst fies. Wir haben da oben irgendwas umgenietet. Ich gucke mal. Wildschwein. Der wollte nicht. Wo ist er jetzt? Ach, da ist mein Bärchen. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Licht machen. Dann lassen mich die Viecher vielleicht auch in Ruhe. Wir haben ja gelernt, die haben so ein bisschen Schiss vor Feuer. Oh, ich glaube, das ist Rotblatt. Ach, lila Blatt ist es. Mist. Ich will doch Rotblatt. Klappe Wildschwein. Hast du irgendwelche Probleme? Soll ich dich anzünden? Wieso ist denn das jetzt umgefallen? Ich habe bereits gemacht. Und der Teddy war auch noch nicht dran. Auch gut. So kann man natürlich auch jagen. So, jetzt muss ich aber noch mal auf die Karte gleich gucken. Jaja, Schweinchen. Soll ich mal anzünden. Ja. Und nicht mein Bär. Wo bin ich dir, du blöde Schwein? Oder jagt den Gepard, glaube ich. So, abgehauen. Oh, ich soll ihn ins Feuer stellen. Hier ist das Feuerchen, was ich entdecken wollte. Oh, da ist noch so eine beschissene Höhle. Obwohl ich da dran kein Pet auspacken kann. Kein Tier. Bin ich da vorhin verreckt. Machen wir mal ein bisschen Wildschwein heute hier. Obelix freut sich. Ah, das sind Tapiere. So heißen die Viecher. Stimmt. Was hier alle rumrennt. Das haut mich jetzt schon wieder. Was ist denn? Alter. Kusch. Du bist bescheuert. Wie? Was hast du jetzt davon? Jetzt hat dich mein Bär gekillt. Was schwimmt denn da? Das ist so ein komischer Beißfisch, ne? So, jetzt will ich aber erst mal das Feuerchen da entdecken. Das ist nämlich so ein Spawnpunkt. Oh, hier rot. Rot. Ja, ich hab rotes Blatt. Die Wölfe schon wieder hinterher. Nein, danke. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Lasst mich alle in Ruhe. Oh nein, ich komm hier berglich hoch. Lauf. Und Bär hat auch schon wieder irgendwas gekillt. Tägliche Rohstoffe. Natürlich ist es oben auf dem Berg. Ah, ich hab's schon entdeckt. Okay. Alles cool. Daher hab ich nichts gesagt. Was? Den Uschern wieder. Das war ein Typ. Hier rennt aber auch alles rum. Jetzt guck ich mal. Da ist noch eine Höhle. Jetzt haben wir so ziemlich alles hier auf der Ecke entdeckt. Okay, das ist schon mal schön. Unbekannter Ort. Sehr schwer. Nicht gut. Hier oben müsste ich dann auch noch mal hin. Stammeskonflikt. Mhm. Das könnten wir mal machen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Diesen Stammeskonflikt. Gefährliche Gegner töten. Da haben wir ja schon mal einen Plan. Gut. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann! Amen. Hier oben.